Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Daniel Ricardos Ex-Berater Glenn Beavis verklagt in Australien auf unbezahlte Vermittlungsprovisionen in Höhe von 11 Millionen Euro. Laut seiner Ansicht stünden neben 20% der Kommission zu, plus Gelder aus verschiedenen vertraglichen Deals. Beavis Firma Sivana Sports International FZE, welche seit 2013 existiert, hat die Klage beim obersten Zivilgericht Großbritanniens, dem United Kingdom High Court of Justice, eingereicht. Der Ex-Berater gibt in der Klage an, dass das erste Abkommen mit dem 30-Jährigen nach der ersten erfolgreichen Saison mit Red Bull Racing im Jahre 2014 überarbeitet worden sei. Die Behauptung wäre eine Vereinbarung über ein Jahresendgelt von 250.000 Euro und eben auch diese 20% an allen künftigen Verträgen. Beavis habe bereits ein Jahr vor dem Renault-Vertrag Verhandlungen mit Renault-Team-Chef Cyril Abitaboul geführt. Er sei es gewesen, der die Verhandlungen erfolgreich zum Abschluss gebracht hätte. Also stünden ihm auch angeblich die vereinbarten 20% zu. Eure Meinung zu Riccardo und seinem Ex-Berater entweder oben rechts in der Infokarte oder in die Kommentare. In Bezug auf den Niederlande Grand Prix im nächsten Jahr sind bereits über eine Million Ticketanfragen eingegangen. Selbst Sportdirektor Jan Lammers ist davon überrascht. Den Rennsonntag hätte man schon sechsmal ausverkaufen können. Fans haben die Möglichkeit, sich im Voraus online zu registrieren und über Los wird dann entschieden, wer zum Grand Prix fahren darf. Noch in dieser Woche sollen die Glücklichen auserwählt werden, bevor sie dann die Tickets kaufen können. Anfang Mai 2020 soll der Niederlande Grand Prix stattfinden. Pro Tag sollen 105.000 Zuschauer kommen und es wird noch überlegt, das zu erweitern. Habt ihr euch auch für eine Karte registriert? Oben rechts in der Infokarte abstimmen oder in die Kommentare schreiben. Kommen wir zu Mikes Meinung. Sollte es zum Prozess kommen, bin ich mal auf das Urteil gespannt. Zurzeit kann ich noch nicht viel dazu sagen. Was Zandvoort angeht, habe ich niemals mit solch einer Menschenmenge gerechnet, die sich online dafür registrieren. Kommen wir zum Community-Kommentar. HTTY.toplist hat folgenden Kommentar unter meinem letzten Video geschrieben. Ich stelle mir den Mercedes in weiß richtig hässlich vor, Smiley. Ich ehrlich gesagt nicht. Das Silber wird zu weiß. Bilder dazu gibt es ja schon. Link unten in der Videobeschreibung. Ich sag mal so. No hate, aber die wohl hässlichste Lackierung an einem Boliden, die ich jemals gesehen habe, war 2007 Bar Honda mit ihrer Erdball-Lackierung. Das sieht ja aus wie ein fahrendes Aquarium, also echt ey. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, könnt ihr auf Like klicken und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.